Bei den Städten und Kommunen ist das Thema Luftreinhaltung natürlich sehr weit vorne auf der Agenda. Wir reden mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund und dem Deutschen Städtetag und jede Stadt wünscht sich möglichst wenig Staus, korrespondieren damit möglichst reine Luft und natürlich Parkplätze. Lassenräder tragen ihren Teil dazu bei, um diese Wünsche zu realisieren.